Ein Leben für alle und zwar ein Leben, das nicht auf Kosten von anderen läuft. Ich weiß, dass hier ist eine Welt. Wir sind keine Städte, wir sind keine Staaten, wir sind keine Länder, wir sind eine Welt. Und ich weiß, dass wir so, so wie es jetzt schon läuft weltweit, es schaffen könnten, dass wir ein System schaffen, das niemanden ausbeutet, das jeder Grundnahrung, Wasser oder sonstiges hat. Es kann nicht sein, dass ich hier einkaufen gehe und ich weiß, bei jedem zweiten T-Shirt sind Kinderarbeiter dran gewesen. Ich kann es nicht verantworten, mir Nahrung zu kaufen, wo ich weiß, dass diese Tiere vielleicht drei Wochen gelebt haben und dann schön abgemurkst werden. Ich kann es mir nicht leisten, moralisch gesehen, dass ich heutzutage lebe, mir eine Wohnung einrichten, während andere Leute auf der Straße leben und trotzdem in ihren armen Ländern arbeiten gehen müssen und nichts haben. Ich weiß, dass wir das weltweit schaffen können. Ich will was Positives erreichen und ich finde es so gut, dass ihr alle hier seid. Ich danke euch! Ich möchte das noch ergänzen, Frauenpower, ich möchte das noch ergänzen. Wir sind hier weniger auf der Straße, heute vielleicht, die anderen sind ja woanders, wie gesagt. Aber wir sind weltweit vernetzt und man kann uns das Internet abschalten, man kann nicht die Handys und alles abschalten. Ich habe heute im Radio gehört, dass der afrikanische Kontinent über Handys sich immer mehr vernetzt. Und wenn die Afrikaner vernetzt sind, dann wird es richtig lustig. Danke! Vielen Dank.